So, und dann haben wir irgendwann den mittleren Punkt eingenommen und sind weiter zu deren vorletzten Punkt und hatten den auch schon zur Hälfte gecappt und dann wurde uns halt die Mitte wieder weggerissen, weil das halbe Team noch an unserem vorletzten Punkt stand und nicht in die Mitte nachgerückt ist. Nur noch eine Handvoll Sektoren übrig. Wir kontrollieren den Großteil des Gebiets. Und dann hatten wir die Mitte verloren und die Konsequenz daraus war dann, dass zwei Squads einfach gesagt haben, na gut, dann bleiben sie jetzt stehen. Sie sind dann einfach ganz stumpf vorne stehen geblieben für den Rest der Runde. Sie hatten ja irgendwo auf mich geschossen. 60 Meter von mir. 60 Meter von meiner Position. Die Wettbewerbs haben Bravo 1 angegriffen. PSB, lass uns nochmal zusammen Battlefield zocken. PSB, lass uns nochmal zusammen Battlefield zocken. Die haben dann einfach darauf gewartet, dass wir die Mitte wieder einnehmen, damit die halt deren vorletzten Punkt einnehmen können. Was aber natürlich völliger Quatsch ist, wenn dann das halbe Team, oder was heißt das halbe Team, aber wir waren nur 37 Leute und zwei Squads standen halt einfach nicht am Objective. Das war auch so. Was ist leider noch für das? Wir stehen unter Beschoss. Wow. Sektor Charlie wurde gesichert. Sektor Charlie wurde gesichert. Mit B3 haben wir auch. Und den B1 abgeht. Und den B1 abgeht. Wir sind die weinsen Sektoren des Schlachtfeldes. Wir sind die Weimkampferden. Wir sind die Weimkampferden. Die Wir sind die Weimkampferden. Wir sind die Weimkampferden. Jetzt sind wir noch da im Leben, der Typ. Jetzt haben sie ihn. Dann ist er noch was anderes mit draufschießt. Da fliegt einfach die Granate auf mich zu. Ist ja gut, ich bin ja schon längst wieder zurück. Ach shit, ich dachte ich kriege ihn noch. Ah Battlefield 5, wieso? Also ich habe es auch, aber nicht installiert aktuell. Ich weiß nicht, ob ich das in der 40 Stunden runtergeladen kriege. Aber wenn du sagst, das zockst du auch, dann kann ich mir das ja mal installieren. Oh, da wollte ich drücken. Bleib doch liegen! Ich muss nachladen! Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist schön, wenn er uns ermöglicht. Speedy, was hältst du denn von PvE-Shootern? Das ist gut. Das ist gut. Das auch. Okay. Das ist gut. Ich habe mal eine Viertelstunde zuhause. Da ist jetzt ziemlich wendig gestartet. weit weg ist er ja eigentlich gar nicht hier. shit. ach so da unten ist auch noch einer. ja doch aufgedehnt. naja doch weiter. die fichte so weiter. Der Verein sagt, dass die Hälfte seiner Ressourcen verschlissen sind. Mann, 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 Mann. Schwere Geburt hier. Oh. Weiß ich nicht, ob ich da so ein Fan davon bin, hier oben zu stehen. Komm schon, komm schon, lass mich einen Hubschrauber rein. Äh, achso. Los halt, blöd. Oh, ich kriege, es ist's. Ich glaube, bin ich auch normal. Da gibt es ja sicher, was mir hier kommt, er folgt. Er läuft mir natürlich nicht hinterher. Er schießt einfach mit einem Raketenwerfer rein. Er ist auf jeden Fall effektiv. Das wird dabei. Okay. Wir wissen aber, ob wir hier herankommen. Die Farbe, ich weg. Ja, komm, 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 lass mich. Die Farbe ist kaputt. Das ist eine große Herausforderung. da hinten ist zum scheiß auskommenden zu groß Ich habe die Schatzbellein wieder kaputt. Feindliche Kampfverbände haben Sektor Alpha erobert. Unsere Kräfte attackieren Alpha ein. Ich wollte mal sagen, was ich gerade bei ihm getroffen habe, wenn ich nur seine Hübe gesehen habe. Alter! 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 Geht's! Ich habe keine Munition mehr. Achtung, habe ich nicht gerade Munition bekommen? Achtung! 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 Ah, das ist okay. Achtung! 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 Das ist ein Problem. Hey, 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 da schießt sie nicht so durch die Fenster ran. Was ist denn hier nur immer zu? Diese Schlacht ist gewonnen, no pets, wir schulden euch was. Meiste Ziele erobert drei. Okay. 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 Okay.